Im Innenbereich der Fahrerhäuser wurden ebenfalls zahlreiche Neuerungen eingeführt. Das hochwertige Innendesign wird unter anderem durch ein hell lackiertes Kontrastband in Champagnersilber im Mittelteil des Armaturenbretts erreicht, welches sich bis in die Türen fortsetzt. Dadurch ergibt sich eine elegante optische Zweiteilung des Innenraums. Oberhalb des lackierten Mittelteils befindet sich jetzt eine Zierleiste aus gebürstetem Alu. Sitzbezüge und Betten erhalten anthrazitgraue Bezugsstoffe. Bei den Betten kommt ein neuer, leichterer Alu-Rahmen zum Einsatz. Verbessert wurde auch die Menüführung im Fahrerdisplay des Hauptinstruments. Eine Statuszeile stellt die jeweils verfügbaren Funktionen übersichtlich dar. Jedes Fahrzeug wird standardmäßig mit dem MP3-Radio-CD-Gerät Basic Line im Doppel-DIN-Format ausgestattet. Neu gestaltet wurden die Bedienelemente von Heizungs- und Hauptbedienfeld. Neue VIP-Schalter mit Funktions- und Nachtdesign sowie die ergonomischen Drehschalter von Licht und Tegmatik erleichtern im TGS-WW die Fahrzeugbedienung. Die Betätigung der serienmäßigen elektrischen Fensterheber erfolgt am neu gestalteten Türmodul oder, vom Bett aus leicht erreichbar, an der Schaltkonsole. Am Türmodul lassen sich zudem die serienmäßig elektrisch verstellbaren Außenspiegel einrichten. Der serienmäßige Tempomat steigert den Bedienkomfort bei Überland- oder Autobahnfahrt. Die neue Tür-Innenverkleidung ist auf Wunsch in einer leicht abwaschbaren Ausführung lieferbar. Praxisgerecht erweitert präsentiert sich das Ablagenangebot. Das Brillenfach mit Stifthalter Zwei gummierte Ablageflächen im Mittelbereich der Armaturentafel Eine ausziehbare Schublade zur Aufnahme eines A4-Ordners Mittelablage oder Kühlbox mit größerem Innenvolumen Und die neu geformte Schalt- und Ablagekonsole Der werden noch nicht gleich abgeschaltet werden, aber im Mittelbereich der Armaturentafel Das ist ein ganzes Mancheide. Der war noch nicht abgeschaltet. Vielen Dank.